So, ich bin wieder da und war noch ganz kurz weg. Die Kamera hat sich trotzdem von alleine schon sehr weit gedreht. Gut, wir haben jetzt Ehrgeiz. Wir haben Lilith komplett. Ist der Detektiv Rupert? Bin mir nicht sicher. Uneinigkeit bei Dominique. Haben wir Uneinigkeit? Hier. Es ist, ich finde es so interessant, wie die Leute unterschiedlich schneiden. Mir sind die Cuts zu schnell. Ich mag die von Ganzkörper zu Portrait. Aber die Seitensachen gehen so in langsamen Schwung und dann ist ein harter Cut. Da hätte ich eh einen Übergang noch gemacht. Leidenschaft, okay. Weil es auch so kurz sind. Ich finde alles, was unter zwei Sekunden ist, ist sehr anstrengend. Mord. Mord. Deswegen, ich schaue, dass ich bei mir immer langsamere Cuts mache. Besonders beim Spiel, das im Endeffekt aus Videos besteht. Was? Mord. Danke. Shit, okay. Haben wir nicht. Merle Haven, der Otto. Der Otto fehlt noch. Scheiße. Ja, und jetzt? Jetzt müssen wir irgendeinen Zweck, ne? Leidenschaft, Job, Ehrgeiz. Schauen wir, dass wir irgendwas nehmen. Job, Job haben wir doppelt. Das kennen wir schon. Ach so, ich kann das nicht abbrechen. Der Name ist eigentlich Leo's idea. Er ist die Bar. Ich bin ein klassisch-trainer Ballerina. Ich habe nie ein Burlesk gemacht, aber ich mag es. Kostümmen, choreografische Routinen. Es ist nicht ein schlechtes Weg, um die Zeit zu passen. Bis ich kann hier rauskommen. Okay. Hä? 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 Und was mache ich jetzt genau? Ich habe halt keins mit Mord. Mann, ich habe hier Ehrgeiz, zum Beispiel für einen Otto. Oh, oh, es ist ein Privileg. Ich meine, es ist toll, dass man Menschen beeinflussen kann. Ich habe hier im Bett, um über Klimawandel zu sprechen, um über Klimawandel zu sprechen, und generell zu erinnern, um über Dinge zu erinnern, wie Alkoholismus zu erinnern. Ah, Uneinigkeit. Nein. Scheiße. Warte, was brauche ich denn nachher? Die kann ich ja lassen, alle anderen weg. Ich brauche... Mord und Merlehaven habe ich gerade nicht. Heim und Ehrgeiz noch. Die anderen kann ich drauf scheißen. Heim, okay. Ehrgeiz hier. Wir nehmen einfach Spiritosen. Ich mache drei Shows dieses Halloween. All at Marsy's. So, wenn ich sage, cancel. Sorry, ich kann nicht kommen. That's what he tells all the girls. Can you just get your mind out of the gutter for one minute? Whoa, I'm just a puppet pal. Merlehaven. Ist das eh Otto, oder? Otto. So, endlich hier. Ja, this place will always be my home, but I prefer living in London. The big smoke. Always come back for a golden orc, though. They sell well at auction. Mhm. Job. Heim brauche ich als nächstes. Heim. Oh, das ist sehr schön. She looked after me for years. You know, she fed me jammed tarts, let me stay up late. She was great. Then, all of a sudden, she was gone. There was a lot of shouting, so. Thanks, Dad. Thanks, Dad, for nothing. Mordecai? Nee, Mord. Ehrgeiz. Zeig nicht, ich hab das Ehrgeiz vorher wecktan. Bitte nicht. Hier. Oh, oh, it's a privilege. I mean, it's great being able to influence people. Ah, das hat man schon. To talk about climate change and kind of generally raise awareness for things. Like alcoholism. Sie sollten die Puppe als Schlüsselanhänger verkaufen. Oh, da. Okay. I was at home. Why? Well, Marcy's gig had been canceled. I knew there'd be alcohol at the gallery and I didn't want to tempt myself. When was the last time you drank alcohol? Oh. This morning. So by tempt yourself, you mean... I didn't want to see his face. Mordecai. Haben sie ihn alle gehasst? Mord. Mir fehlt immer noch Mord. You have quite the obsession with dead bodies, Mordecai. That's coming from an Undertaker. Undertaker? Ich wusste nicht, dass Undertaker das heißt. Johnson's went out of business because they kept losing bits of their dead. Bodyparts, organs, all just going missing. How? I don't think their heart was in it. Oh mein Gott. Mordbräucher. Gibt es eine Reihenfolge? Moment mal. Mord ist nach Kriminell. Halloween, Kriminell, Mord. Es gibt Reihenfolge. Kriminell, Kriminell. Hier. We had a break-in at home. Probably just kids. They stole a couple of transplant organs from the fridge. A kidney and a liver. I told you I don't just bury people. Jetzt kommt Mord. Oh mein Gott. Das wäre im Tutorial nett gewesen. Aber es ist jetzt keine Kugel mehr. Das heißt, ich muss jetzt Kugeln einsetzen gehen. Zwei habe ich hier noch. Okay. Wir haben die Auflistungen. I got it. So. Eye surgery. Weil ich das schon zweimal gemacht habe. The Kinkades. Well, they were buying up plots from Murlers and selling them on for extortionate fees. Demand outstripped supplies. They started murdering people off. Forging papers to burial grounds. It's cremation or bust if you're a new resident nowadays. There's just no space. Okay. Um. I'm an fucking idiot. So sorry. Nein. Well, it wasn't an accident. They knew the risks. He didn't even spend that long down there. A few days, maybe. He was just supposed to be collecting some coal samples. Three months later, he was dead. Okay. So. Good. Das ist Dominique. I told you I wasn't trying to flee the island. I had an audition in Paris on the 1st. Cutting it a bit fine, weren't you? I could have made it if you hadn't stopped me from getting the last boat. And where were you before that? Between 4 and 7 p.m.? At home. Packing. Can anyone confirm that? No. I live alone. Okay. Gut. Haben wir alle. Und jetzt? Was? Oh. Okay. Passt. Nacht 1, 2, 3. Wir haben drei Nächte. Oh Gott. Und wir sammeln das alles an. Und können jeweils in jeder Nacht das hören. Jetzt ist die Frage, kann ich die Kugeln verschwenden oder brauche ich die für die kommenden Nächte? Suche einen Irritungs-Schlüssel. Versuche und Irritungs-Schlüssel. Hänge mit mir auf, klicke von der Tafel, aber ohne Augen kannst du nichts sehen. Okay. Bevor ich bereit bin zu gehen. Wir haben alle durch, Tag 2, also Nacht 2. Da habe ich beim Casting mitgemacht. Da habe ich beim Casting mitgemacht. Just kidding. Oder bin ich? Okay, hier ist plötzlich keine Tür mehr. Wir sind wieder ganz normal. Danke, dass du gestern all die Bilder auch für mich rausgeholt hast. Nur noch zwei Tage. Pass auf dich auf. Klar. So. Ätherische Gestalt drückt gegen den Schleier der Realität. Okay. Theater, Bühne mit dysterer Beleuchtung. Ich finde es so lustig, dass sie jetzt die Kisten stehen lassen. Sie haben wirklich die Animation rausgenommen. Totenkopf geschmückter Grabstein. Gräberfelder, habe ich da, habe ich da was? Was war das? Theaterbühne? Was ich mich halt frag, diese Geschichten hier zu den Bildern, haben die irgendwas mit dem Mord an Mordecai zu tun? Weil dabei klingt das eher nicht. Also, ich kann jetzt dem dabei nichts nennen. Bin ich hier voll? Ja. Okay. Hier sind wir fertig. Was habe ich jetzt noch? Theater und die ätherische Gestalt. Schleier Realität. Starren Schwarm. Ich weiß noch immer nicht, was das ist. Warum mache ich die jede Nacht auf? Oh, diese Uhr macht mich hier fertig. Lila Wasser Fischerboote. Da oben hängen die Verdächtigen. Fässer. Besorgt rein schon das Wildschwein. Ein Wumpel. Wir haben ein Wumpel gefunden. Das ist besser als eine Toilette, die funktioniert. Türöffnung. Schlachter. Da kommt der Wumpel hin, oder? Nein, gar nicht. Okay, sorry. Wumpel, du kommst nicht zur Schlachtung. Du kommst zur Jagd. Native to Merlhaven, the wild boar is generally harmless, though sometimes still hunted for sport. It's a frowned upon activity, that the Triumvirate continuously consider banning and graves against the hunt too. His painting aimed to bring more eyes onto their plight. Okay. Felder, Wasser, Theater. Und die Docks. Jawohl. Merlhaven is still a major fishing venue and its shores offer plentiful supplies. Enough to keep the whole island fed for years. The Docks pictured here are built on the very same site the original settlers landed. Mhm. So, wo haben wir was mit Theater? Theater, Theater. Baconianer, ich weiß nicht, was... Ah, okay. The Baconian was founded in 1967 by Olivia Argenta, who believed Sir Francis Bacon was the true author of the works generally associated with Shakespeare. To this day, any play originally thought to be by Shakespeare can only be performed at the Baconian, if it is credited to Sir Francis in the program. Mhm. Ist es wahr? Die Schleife. So. Wir haben das Ding und die Fässer. Nix mit Kapelle zu tun haben. Farm. Kreidekeller. The chalk cellars are home to one of Merlhaven's largest exports, Merlport wine. Using water from a natural spring in the Aurora woods, the wine is said to have great healing and sometimes hallucinogenic properties. It's also the only alcohol that licensed premises conserve at all times of the day. So, dann haben wir jetzt noch dieses... Was steht denn da genau bei der Beschreibung? Ätherische Gestalt drückt gegen den Schleier der Realität. That's a lot. That's a lot. Spiritosen. Das hätte auch bei den Weinfestern gepasst, ne? Schlachter von Merlhaven. Nein. Merlhaven is famously close to the spirit world, with many saying the fabric of the universe is stretched unnaturally thin here. Grey believed that most past inhabitants of Merlhaven were still on the island. Spiritosen is doch Alkohol, oder bin ich jetzt komplett blöd? Spiritosen is doch zum Trinken. Äh, hey. Aber. Okay. Wir haben die Bilder aufgehangen, wir dürfen wieder den Bildschirm schauen. Oh. Stockmaterial, oder haben die das auch gefilmt? I've just had a call from Lord Barnet, asking to loan one of Grey's Portraits. They're having a charity auction, they want to send a piece. Could you be a lover and pick one for me? Just leave it in reception, I'll call him for it. I'll be back tomorrow. Okay. Was soll ich tun? Porträte für Sascha auswählen. Porträte. Ich bräuchte sch... Hey, ich bräuchte später vielleicht ein paar Porträts. Ich werde ein oder zwei Staffeleien an der Rezeption hinterlassen. Ich werde anrufen, um zu bestätigen, wie viele ich brauche, aber es wird von den sechs Musen selbst sein. Okay. Das sind die Staffeleien. Hol ich die jetzt einfach, oder was? Ja. Der Otto. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind ja eh alle. Mehr haben wir ja gar nicht. Mhm. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich werde anrufen, um zu bestätigen, wie viele ich brauche, ich brauche später vielleicht ein paar Porträte. Also, ich werde ein oder zwei Staffeleien an der Rezeption hinterlassen. Ein oder zwei. Eins nochmal hingestellt. Was ist relevant? Was wir ausgewählt haben? Zweite Nacht. Here we go. Ich habe meine Augen verschwendet. Drei Nächte, drei Galerien hintereinander. Verdammte Korridore. Ha. Das war das Tutorial. Okay. Ah. Ja. Nein, das habe ich nicht gecheckt. Okay. Ich muss jetzt wieder schätzungsweise da hin. Was hat sich verändert. Was hat sich denn verändert? Oh! Not having a great Halloween. After being incapacitated, Grace of Salem proceeded to tie him to a chair with a piece of climbing rope that was found at the scene. Grey himself was not a climber, and there was no reason to believe the rope had started life in his loft. A later analysis concluded the murderer had some kind of chalk residue on their hands that had been transferred to the rope during bondage. Whilst chalk is commonly used as a component of many things, the forensics examiner was adamant they were looking for a killer who either weight lifted at Merlhaver's gym, was a rock climber, or a patron of Dax's sporting goods. But doesn't it also mean that our murder was premeditated? Whoever tied Mordecai up, had something they wanted to say to him before dealing the final blow. Okay. Kreiderückstände, irgendwas mit Sport zu tun, und er hat noch eine Aussprache gesucht. Kletterseil. Okay. 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 Gut, das sind diesmal die Reihenfolgen, die wir hier haben. Okay. Okay. Gut, das suchen wir dann, wenn wir... Och Gott, das ist ja riesig. So. Ah, wir können aber hier gleich die Kugeln einfüllen. Habe ich die jetzt aber noch überall drin? Sie sind alle voll. Zwei wie... Zwei, vier, fünf. Zwo, vier, sechs. Mir fehlt ein Bild. Was? 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 Motiv. Ah, Kugel. Mhm, 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 mhm. Fehlt mir jetzt das... Der Otto? Oh. Ich habe den Otto hergegeben. Scheiße. Okay. Ja, dann fangen wir an mit... Wie heißt sie? Dominique? Dominique, ja. Dominique. Farbe. Farbe. Farbe, 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 Farbe. I have been reading up on you, Mordecai Gray. Your paintings are worth thousands, tens of thousands. Ich bin halt geil, ne? So ein bisschen. I want to make a deal. Ich will deine Haarfarbe. Gunst. Also wir haben hier Gunst, Träume. Gunst, Träume, Hilfe. Gunst. Gunst, Träume, Hilfe. Problem. Deal, Knoten, Problem. Maybe the problem is I'm still grieving. I lost my dad and my career all in one hit. I never really dealt with it. It feels like there's this black pit in my stomach. It's eating me from the inside out. I've got this insatiable hunger all the time. I've got to get away from this place. I've got to get away from this place. I'm going to stay in Paris and start a new life. Which means I need money. Erpressung. So we can do this the easy way or the hard way. What's it to be? Okay, sie wollte Geld. Gut. Passt. Dann haben wir sie. Come on. Schauen wir sie mal an. Do you still have any of his climbing gear? I kept his harness. Sentimental items. I gave everything else to Frank, one of his buddies. Any rope? No. Good quality rope is pretty expensive, so he called dibs on that straight away. Okay. Aber sie hatte die Kletterausrüstung. Sie hatte die Kletterausrüstung. Lilith. Hilfe. Was haben wir da? Hilfe, Gunst, Knoten. Hilfe, Gunst, Knoten. Hilfe, Gunst, Knoten. Da ist Gunst. Hilfe. You've got a way of getting secrets out of people, haven't you Mordecai? Mordecai. Mordecai. Chai. I infuse their drinks with Cannabis. Makes them slightly less despondent. For a while. I didn't know she was your daughter. Kyra said you left her in the hills. Do you need any help with her? Knoten? Hilfe, Gunst, Knoten. Knoten. Wasagerei. Motiv. Einfach, Hilfe, Knoten. Knoten. Sie sind ziemlich stark, actually. Stand high's knots in them, so they don't slide through the poor bearers fingers. Rope burn is a proper burn. It also stops bodies from swooshing into the ground too quickly. Okay. Sie kennt sich mit Zeilen aus. Kennt sich mit Zeilen aus. Okay. I don't own any rope. Stan lowers the coffin, he owns the rope. Ever been to the gym? Is that your best chat, Upline? Answer the question, please. Not for at least a year. You can check with them. Do you rock climb? No. But you know I don't. What's going on? Kein Sport und ich glaub's ihr. Das kaufe ich ihr ab. Ja, Otto ist verloren. So, wen haben wir als nächstes? Nein, Otto haben wir. Wen haben wir denn herge- Xavier? Wem Xavier hergeben wir, Idioten. So, Otto. Undulating, Hilfszahlung, Sport. Oh, er ist so weird. Ich hab gleich vergessen, was ich brauch. Zahlung und Sport. Ja, Sport ist grad ein wichtiges Thema hier. Ich brauche das Geld. Er schwebt mich aus. Ich will nicht mich. Was für eine Überraschung. Ich meine, du weißt, dass sie uns aufspielen? Dividieren und zerstören. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Ja, für mich. Ich hab das falsch aufgeschrieben. Upsi. Upsi. Und hier, Otto. Zuhause, Macy's Geek abgesagt. Sonst komm ich durcheinander. Ähm, Alkoholiker. Raucht Geld. So. Dann streiche ich das durch. Geköpft. Kletterseil. Noch irgendwas? Kreiderückstände. Aussprache. Aussprache. Okay. Wahrsagerei. Sport haben wir als nächstes noch. Irgendwer Sport? Sport? Hart. Träume. Es triggert mich, dass die Decke so niedrig ist. Können wir den Raum bitte größer machen? Danke. Sport. Sport hier. Ich habe keine Zeit, um nichts zu tun. Zu trank. Ich mache Werte. Ounze. Ich bekomme Hilfe dafür. Ich werde gefeiert. Wirst du nicht. Alles wird gut. Ich bin sicher, dass sie dir schon gesagt haben. Ich gehe jedes Wochenende nach der Rehabe. Habt ihr schon mal deine Hande vor dem Liefen? Ja. Ich bin ein schweiziger Typ. Das ist alles, was wir jetzt wissen mussten. Zugang zu Kreide. Okay. So. Professorchen. Oh mein Gott, die Maus. Professor Myers, ja. Sportfarbe Knoten. Sportfarbe Knoten. Sport. Ich mag Yacht-Racing. Es ist hervorragend. Ich habe ein paar Trophäe. Ich mag nicht, zu schreien. Jachtfahrerin. Okay. Das heißt, sie ist sicher im Sportshop. Scheiße, ich habe vergessen, was die anderen waren. Mein Kopf. Mein Gedächtnis. Ähm. Farbe Knoten. Farbe Knoten. Farbe Knoten. Hey. Scheiße. Ähm. Wo ist denn Farbe? Träume. Eigentlich Nachträume. Ich schaue jetzt nochmal, ob oben Farbe ist. Das ist hart. Find ich mir so geil. Ey, die Steuerung ist leider echt eine Katastrophe. So, da haben wir Träume. Wir brauchen... Gott, das Laufen verwirrt mich so sehr. Farbe brauchen wir. Und Farbe ist Nachträume, haben wir gesagt, oder? Farbe ist Nachträume, ja. Farbe ist Nachträume, ja. Farbe ist Nachträume, ja. Es war ein Trigger, für sie ihre nächste Begründung zu finden. Sieben Körpern. Sechs Monate für jeden. Mh-mh. 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 Das ist die einzige Sache, die Justice Hoon und ich nicht Augen zu Augen sehen. Ich glaube nicht, Paraphernalia der Divination sollte kriminalisiert werden. Es waren unglaubliche Zeiten, die zu dieser Zeit... Warum ist das überhaupt kriminalisiert? Das haben wir schon, oder? Jachtfahrer. Kennt sich mit Zahlen aus. Macht alles alleine. Okay. Okay. Sie ist eine der Hauptverrächtigen ab sofort. Ich sag's für Sie. Sunday. Knotenhilfe Deal. Knotenhilfe Deal. Also es ist halt schon das gleiche Prinzip die ganze Zeit, ne? Keine Ahnung was das macht. Knotenhilfe Deal. Ja. 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 Knoten ist nach Wahrsagerei wieder. Bei wem bin ich gerade? Scheiße. Aber ich mach wieder eine kleine Pause. Ähm. gleich wieder zurück. Kann ich eigentlich hier abspeichern? 스 chillieren. Ja. 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 Even ở Frankfurt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020